Elftes Mantra Hier wird nun erklärt, worin hingebungsvolle Praxis im Einzelnen besteht. Lieber Geist, um dem verliebten Paar Sri Radha Giridhari leibhaftig dienen zu können, zusammen mit ihren ewigen Gefährten musst du Sri Rupa Goswami folgen und dich in Hingabe üben. Genauer gesagt, musst du fünffachen Nektar trinken, das transzendentale Paar verehren, sie lobreisen, dich an sie erinnern, über sie hören und dich vor ihnen verneigen. Außerdem sollst du täglich Sri Gowardhan verehren, wie es die Regeln für Bhakti vorsehen. Tatgana, Jujo, zusammen mit ihren Gefährten Krishna umgibt sich stets mit Freunden wie Shridam, Subala und Sri Radhika und Sri Radhika ist immer in Gesellschaft von Freundinnen wie Lalitha und Vishaka. Zweitens, Smara, Vilasa, Vivaja Vertieft in ihre Liebe Shri Radha Giridhari sind voneinander restlos bezaubert. Dieser Austausch als Geliebte ist für sie sogar noch genussreicher als die Beziehung zu ihren Eltern, Freunden und Dienern. Drittens, Vraja, Sakshat, Seva, Labana Unmittelbar in Vraja dienen können Der Dienst auf der Praxisstufe als Sadhana ist im Grunde nur Übung. Sobald die Ausbildung abgeschlossen ist, das heißt, sobald man vollkommen wird, kann man Shri Radha Govinda unmittelbar dienen. Zunächst aus einiger Entfernung oder indirekt unter Obhut einer Mangerie, dann unter Shri Radhikas Freundinnen und schließlich auch ganz direkt. Die Vielfalt der Dienste zum göttlichen Paar ist endlos. Man kann die Plätze herrichten, an denen Radha und Krishna sich treffen, zum Beispiel ihre Bettstadt. Man kann Blumengirlanden flechten, Betel zubereiten oder ihnen Kampfer anbieten. Unzählige Dienerinnen finden Erfüllung in ihren ganz individuellen Diensten. Direkter Dienst zu Shri Radha Govinda ist nur im ewigen, spirituellen Körper möglich. Bedingte Seelen mit ihrem materiellen, groben und feinen Körper können sich ihnen nicht nähern. Das Kosten der transzendentalen Liebesbeziehung macht Dienern zum immer frischen Freudenfest. Der Gottgeweihte genießt grenzenloses, vollkommenes Glück und seine Freude am Dienen ist so groß, dass er gar nicht auf den Gedanken kommt, nach eigenem Genuss zu suchen. Er bleibt gänzlich unberührt von Sorgen und Ängsten, wie die bedingten Seelen sie kennen. Man mag fragen, ob der reine Gottgeweihte nicht auch gelegentlich leidet, zum Beispiel unter der Trennung von Radha Krishna. Aber solch transzendentaler Trennungsschmerz ist eine Umwandlung spiritueller Ekstase und mit dem Leid, wie wir es aus materiellen Beziehungen können, nicht im Geringsten zu vergleichen. 4. Shri Rupena Samam Shri Rupa folgend Für Raganuga Sadakas, die sich wünschen, Krishnas Geliebte zu werden, hat der leuchtende Lehrer des Madhurya Rasa, Shri Rupa Goswami, die Anleitung in seinen Büchern hinterlegt. Im Shri Bhaktiras Amrita Sindhu, Shri Ujvala Nilamani und anderen. Shri Raghunath Das Goswami weist seinen Geist an, Shri Rupa Goswamis Praxis und Methodik anzunehmen und den fünfgestaltigen Nektar der Hingabe zu trinken. Shri Rupa Goswami schreibt im Bhaktiras Amrita Sindhu 1.2.90-93 1. Die Bildgestalt mit Vertrauen und Liebe verehren 2. Das Srimad Bhagavatam von verwirklichten Seelen hören 3. Mit Gott geweihten Umgang pflegen, insbesondere mit solchen, die fortgeschrittener sind als man selbst, die einem zugeneigt sind und die mit gleicher Geisteshaltung dienen 4. Die heiligen Namen des Herrn schänden und ihn lobpreisen 5. In Vraja leben Diese fünf Arten hingebungsvollen Dienstes, obwohl schon früher aufgeführt, sollen hier noch einmal genannt sein, denn sie sind allen anderen Bhakti-Praktiken überlegen. 5. Ijja, die Bildgestalt verehren Dazu gehört der direkte Dienst zur Bildgestalt. Dazu gehört aber auch, den verschiedenen Fastentagen wie Kadashi zu folgen, Tulasihalskette und Thilak-Zeichen zu tragen, Jaranamrita und Mahabrasad zu ehren, Gelübde wie Kartikvrata einzuhalten und der Tulasih-Pflanze zu dienen. 6. Akya, Lobpreis Lobpreis beinhaltet, die Bhakti-Schriften zu studieren, von Vaischnavas über Krishna zu hören und dann darüber zu sprechen und über Krishnas Ruhm zu singen, über seine Namen, Formen, Eigenschaften und Spieler. 7. Jhana, Meditation Normalerweise bezeichnet Jhana eine konkrete Stufe der Meditation. Hier aber ist damit Meditationspraxis an sich gemeint. Was zum Meditieren gehört, erklärt Sri Jiva Goswami im Bhakti-Sandarva Anujeda 278. Den Geist auf die Transzendenz zu richten, wird Meditation, Smarana genannt. Wie zuvor beschrieben, soll man sich schrittweise im Meditieren üben. Zuerst über Krishnas Namen nachsinnen, dann über seine Gestalt und dann allmählich über seine Eigenschaften, Gefährten, Dienste und Spieler. Man unterscheidet dabei fünf Stufen. Erstens, einfach über Krishnas Namen oder seine Form näher nachzudenken, nennt man Smarana. Zweitens, den Geist vom Äußeren abzuwenden und auf Krishnas Namen, Formen, Eigenschaften usw. zu fixieren, nennt man Tadana. Drittens, noch tieferes Erinnern von spezifischen Aspekten Krishnas wird Jhana genannt. Viertens, wenn die Erinnerung ununterbrochen wird und als steter Strom von Nektar fließt, heißt sie Truvanu Smriti. Und fünftens, tiefste Versenkung schließlich, bei der sich im Herzen nichts mehr befindet, außer dem Meditationsobjekt, nennt man Samari. Achtens, Schravana hören. Über den Namen des Höchsten seine Gestalt, Eigenschaften und Spiele von reinen Gottgeweihten zu hören, heißt Schravana. Dafür kann man sich beispielsweise zu fortgeschrittenen Vaischnavas Gesellen, die allabendlich aus Bakti-Schriften lesen. Neuntens, Nati, sich verneigen. Sich vor der Bildgestalt lang ausgestreckt zu Boden werfen oder sich vor den Orten zu verneigen, an denen der Herr seine Spiele abhielt und an denen die Erinnerung an ihn wach wird. Fällt unter die Rubrik von Nati. Zehntens, Govardhanam Bhaja, Shri Govardhan, verehren. Shri Raghunath Das Goswami spricht hier zwar seinen Geist an, aber genauer genommen spricht er zu uns allen. Der höchste Herr, Shri Chaitanya Mahababhu, verehrte eigenhändig einen Stein vom Govardhan, den er später in Raghunath Das Goswamis treue Hände gab. Shri Das Goswami schrieb, Stavavali, Shri Gauranga Stavva, Kalpataru, Vers 11 Obwohl ich abscheulich und tief gefallen bin, kam Shri Gaurangas Gnade über mich. Er rettete mich vor Reichtum und materiellem Leben. Er gab mich freudig in die Hände seines Getreuen, Shri Svarupa Damodar. Und weil er mir zugetan war, überließ er mir die Gunja Kette, die seinen eigenen Hals geschmückt hatte, und seinen eigenen Govardhan, Shila. Möge dieser Gauranga Deva in meinem Herzen erscheinen, möge ich diese Glückseligkeit erfahren. Shri Gauvardhan zu verehren, bedeutet für den Sadaka zweierlei. Die Steine des Gauvardhan sind Krishnas direkte Manifestation. Shri Raghunath Das Goswami wohnte stets an seinem Fuße am Radha Kund und ging niemals anderswohin, und auch ich werde niemals meinen Fuß von dort fortsetzen. Dieser Entschluss, am Govardhan zu leben, ist die eine Art, den heiligen Hügel zu würdigen, und die andere ist, seine Steine als genauso transzental wie die Bildgestalt anzusehen und nach Bhakti-Richtlinien zu verehren. Genauer genommen bedeutet, am Govardhan-Leben, an irgendeinem der Schauplätze von Krishnas Spielen in Vraja zu leben und Shri Radha Krishna mit Liebe zu dienen. Shri Ruba Goswami hatte uns angewiesen, im Gebiet von Vraja zu leben. Deswegen sind beide Aussagen nicht voneinander verschieden. 11. Nitya In Übereinstimmung mit den Bhakti-Regeln Man sollte nicht denken, weil das Wort Nityi, Regeln, gebraucht wird, sei hier vom geregelten Pfad von Vaidhi-Bhakti die Rede. Sadhakas, die für Vaidhi-Bhakti qualifiziert sind, folgen ihren Regeln und Vorschriften und Ragh-Anuga-Sadhakas folgen ebenfalls Regeln und Vorschriften, aber denen für Ragh-Anuga-Bhakti.